So, dann wieder eine neue Folge von dem LS22 Silberforst. Ja, die haben hier hinten schon angefangen, unsere 8-Up anzubauen. Mann, oh Mann, die wird schon noch ganz schön hier drauf, ne? Also, es knichtert so schön und leis. Und natürlich kein Licht an. So, wir müssen unser... Oh, was hat er vergessen? Der Allrad. Pressen wir uns mal da durch. Das sieht bestimmt cool aus, wenn wir da drin. Oha, heiß. Ist das auch wackelt. Also, ich habe das jetzt nicht für möglich gehalten, dass das so schön aussieht, ey. Wie gesagt, das ist ein gebrauchter Traktor gewesen, den wir uns günstig ersteigert haben. Jetzt haben wir mal ein bisschen im Schnee arbeiten müssen. So, jawohl. So, ja. Wie gesagt, der liebe Fanta ist jetzt auch schon im GTA-RP drin. Also, die müssen wir da rausholen, die schön. Die brauche ich nämlich jetzt woanders. Also, wie gesagt, ihr braucht nur das DLC und die normale Standard-Version und noch, ich glaube, 5 Mods, was wir drauf haben. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir da ein bisschen weiter vorankommen. Und dass wir natürlich auch unsere Baumschule endlich mal anfangen können, ne. Die Baumschule, hallo. Ich will halt gar nicht mit, ne. Boing. Ich bin da auch ein bisschen zu gefährlich, mein Freund. So. So. Genau. Also, wir haben unser Hänger und da hinten sollen wir hingehen, um Bäume zu fällen. Na, das wird ja echt ein ganz, ganz schöner Spaß. Ich war da hinten noch nicht, weil, wie gesagt, die Karte selbst habe ich noch nicht so ganz erkundet. Das wird auf jeden Fall ein Riesen-Spaß. So. Jetzt erst mal fressen wir uns mal hier durch. So. Gucken wir, dass wir in die gleiche Spur wieder reinkommen. Na, nochmal nochmal. Schönes Screenshot. Ja, echt zu wenig. Was mal, was die anderen hier schon für Arbeit geleistet haben. Das war ein Sinn, ne. Schön. So. Also, normalerweise müsste man ja noch Schneeketten anziehen, aber, ja, die habe ich jetzt gerade nicht parat. Weil nämlich uns da lieber, ähm, lieber Händler, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber die, ähm... Ich glaube, ich mache hier gerade alles richtig schön kaputt war. So. Der hatte keine im Angebot gehabt, deswegen, ähm, ja, würde ich mal sagen, wird es gleich eine rutschige Angelegenheit. Wow, ich schlag hier komplett ein. Ich wäre, ich müsste das gleich gerade mal sehen. Ich kriege gerade nichts auf die Reihe, ja. So. So. Ja, die, ähm, wie gesagt, die, ähm, die zwei Videos, die sind geschnitten. Ähm, die sind auch schon oben. Bis Samstag haben wir jetzt noch schöne Vorproduktionen dran. Und ich fahre aber trotzdem noch täglich, äh, meine Türchen. Und ich habe auch schon selber gesehen, also, wie gesagt, schöne Karte auf jeden Fall. Denn ich liebe ländliche Gegenden. Also, auch wenn man viel Stadt fährt, aber, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche jetzt erstmal hier ein bisschen Ausgleich, Forstwirtschaften haben, ein bisschen betreiben. Einfach mal schön ein bisschen weiter voranzukommen. Schneelandschaft, ey. Ist das geil. Das ist doch einfach geil. So. Ja, und wenn du dabei sein möchtest, ähm, hier bei der Forst. Ein bisschen mit der Community, dann darf ich dich gerne begrüßen. Wenn du Lust und Laune hast, im Schnee Aufträge zu bewerkstelligen, dann, ja, bist du hier auf meinem Kanal herzlich willkommen. Ah, ist nicht nur das Multiplayer-Projekt haben wir, wir haben auch andere. So. Auf jeden Fall viel Spaß. So, hab noch grad mal schnell den Short aufgenommen. Ah, ich hab, stimmt, ich hab mir noch vergessen, eine Taste zu belegen. Ei, ei, ei. Naja. Ja, meine Lieben, ähm, es ist Sonne, es ist schön. Ich hab heute Morgen, war ich um, bin ich erst um fünf aufgestanden, weil ich damit auch ein bisschen den Tag später beginnen wollte. Nachdem wir ja gestern zehn Stunden da auf der Uhr hatten, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Also, ja, man, man hört's wieder. Das Logitech hat seine Pedale wieder. Ähm. Oh. Also. Ja, ich weiß, dass du der Johannes bist, mein Lieber. Ähm. Oh. Hammer. Alter. Hast du. Das müssen wir mal als Videobeweis machen hier. Ähm. Lass uns das, äh, heute Abend mal besprechen, weil ich bin heute Abend, ähm, bei meiner, ich bin heute Abend bei meiner Freundin, ne. Also, wie gesagt, das wird jetzt halt öfters mal, öfters vorkommen. Und, ähm, ich würd einfach mit der dann, äh, dann telefonieren, weil jetzt so im, 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 im Chat, äh, ja, net. Alles ist, fahm. Also, net. Ach, du Scheiße. Wohin will er denn fahren, der Buh? Alles klar. Ja, toll. Jetzt hab ich mich auch noch voll verfahren, ey. Auch geiler Scheiß. Jetzt sagt bloß, sie stehen jetzt alle hinter mir. Ja, super. Oh mein Gott. Wie kann man... Ich suche die ganze ID. Ach, du liebe Güte, wie bin ich denn da gefahren? Mein Gott. Fängt schon gut an. Ach, Mann, 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 Mann. Ich will mal gucken, ob man die Baumstämme, die Baumstämme, die man da hat, ähm, die man da gleich fällen, ob man die verkaufen kann. Ach, das hab ich jetzt aber... Aber fahr ruhig mal gegen so ein rotes X, ne? Also, das passt schon, ne? Herrlich, einfach herrlich. Merkt man, merkt man, dass der Bug keine Ahnung hat, ne? Da noch um Schnee. Ah, das ist schon was Schönes. Das ist schon was Schönes. Ah, ich fahr mal ein bisschen langsamer, weil das war dann noch gleich runterfallen. So, Hauptstraße folgen und die nächste links, links, dann wär ich da, okay. Dann mach ich los. Also, so viel Schnee hätte ich gerne auf der Hauptbelerand. Ähm, wow. Das wär auf jeden Fall noch was Schönes gewesen, ey. Aber jetzt haben wir wieder was für das Best of, ey. Ich fahr da einfach mal voll gegen so ne... Gegen rot, ey. Wir haben mal wieder schöne Felsen, die wir überhaupt machen können. Ich hoffe, das passt. So. So. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ähm. Weil schöne, angenehme... Lass mich gucken. Ei, ei, ei. Angenehm. Kühltemperaturen. Kühltemperaturen. Ei, ei, ei. Jetzt ist das ne Tankstelle. Na, Restaurant. Ne, ein Hotel, ja. So, hübsche. Komm mal gucken. Da fahren wir da am besten rein. Am besten hier, ne? So, schalten wir mal das Allrad an. Dann würde ich sagen, gehen wir da, fahren wir da hinten rum, da wird es... Parken wir einfach mal da hinten in dem roten Bereich. Ich glaube, der Förster. Wie nennt man das eigentlich in Kanada? Wie nennt man da den Beruf Förster? Forrest Gump oder was? Ah, da haben wir schon den ersten. So, noch ein Stück. So. Ähm. Den Motor lassen wir laufen. Schauen wir mal die Randalbeleuchtung an. Dann gehts weiter. So. Genau. So, das sind eigentlich die Bäume, die im Feld werden sollen. Wenn wir eigentlich gerade dabei sind. Äh? Ja, passt doch. Ist doch schick warm, ne? Der Cowboy. So. Ist ganz unten. Runder mit dem Ding. So. Direkt entlasten. So. 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 Zack. Na. Hörst doch gleich mal hier ein bisschen. Rollt auf jeden Fall nicht hier runter, das kann ich dir mal glauben. So. Ansonsten schneide ich den anderen auch noch mit Klapp. So, der wurde markiert. Jawoll. Schnapp, schnapp. So. 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 Das darf ich aber schon gar nicht mehr dazu zählen, oder? Okay. Oh Gott, der hat keinen. So. So. Da ist der Nächste. 12% erledigt. So. So. Du sollst aber das dann für den Kunden quasi dann noch ins Sägewerk bringen. So. Wenn es halt noch das alte Sägewerk ist. Jawoll. Erstmal den fetten Stamm. Schön auf dem Traktor. Macht noch mehr Schaden. Naja. Dass er quasi seine Vergütung quasi bekommt. So. So. So habe ich mir jetzt eigentlich gedacht. Und das lustige ist, wenn wir gerade schon von Traktorschaden reden. nachdem. Nachdem. Ihr habt dem gestern ja auch mitbekommen, wo wir auf der Hautbelerau waren. Dass wir noch das Feld von einem Gras gegrubbert haben. So. Ist hier noch ein Zeichen dran? Kein Zeichen. Wohl. Ah ne. Ja. Wollte schon kurz sagen. Und ich habe halt heute morgen dann die Videos geschnitten. Und unachtsam wie ich halt war. Äh. Naja. Du lässt halt Autodrive. Bei Cosplay halt alles machen. Habe ich vergessen, dass der fertig war. Und der rollt mir dann bei Feld 33 hinten in den Bach rein. Ja. Wo ich dann gesehen hab. Oh scheiße. Ja. Aber Hauptsache Videos schneiden. Während Hautbeleraut da muss ich weiterentwickeln. Ja. Ach, ich sag ja. Das sind Momente, die nehm ich auch gerne auf. Ja, das Schöne ist, dann war alles schön defekt. Alles schön defekt. Aber was soll's. So ist er halt, der Bart. Du, mal schau wieder pro Tage mal. Warum wollt ihr denn alle rollen, ey? Ist der Schnee zu hoch oder was? Ich mein, was bestimmt auch geil ist, wenn du den großen... Ähm, was sagen viele dir, der gut sein soll? Wie gesagt, das Geld haben wir ja zwar jetzt noch nicht, aber den werden wir uns holen, weil... Ähm, irgendwann holen wir uns. Genau, Forstwirtschaft. Ich brauch den Selbstfahrer. Front ist kein Film. Was ist da, genau? Ähm, also ich war vorher immer Fan von denen hier. Von Bronze. Ähm, Kamatsu. Ja, kann man machen. Aber dann würde ich halt auch immer ausprobieren hier. Aber die Preise halt, ne? Ah, es gibt halt schon interessante Sachen. Ah, es gibt halt schon interessante Sachen. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020